Warum hast du denn du Smaggy auch geschockt, während ich neben dir stand eigentlich? Stark! Mute immer noch. Ja, okay, Terz, start mir dann einfach die Runde, ich will nicht mehr. Also, Jolie, komm. Ja, ich musste meinen Akku wechseln vom Headset. Ja, ich habe so ein Headset, weißt du, mit Akkus und so, dies, das, ihr wisst auch. Eigentlich genug jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß! Einmal fange ich den selben Satz an und dann sehen wir nur eine vollmütige dich, aber während ich rede. Ach so. Hey, ich habe gerade keinen Sound gehabt, was hast du denn gesagt? Nee, jetzt will ich nicht mehr. Stark! 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 Schade! Schade! Viel Spaß! Was hat er denn gesagt? Äh, danke für den Follow! Danke für den Follow! Hallo! 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 Töte! Töte! Töte doch jetzt! Töte! 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 Da haben wir wirklich, sich ein F yağch ausfangen. Töte! okay drei leute ist jetzt zusammen zu pissen schossi ist als erstes gestorben glaube ich dann klar klar habe ich reportet der liegt im office und ganz am ende jetzt gerade ist noch smeg gestorben ich bin noch in der gelaufen weil ich sehen wollte ob sie sich zurück morft oder irgendwas ist aber nicht passiert damit zurück und mein will steht auf der leiche das ist interessant weil ich hab dich gar nicht gesehen wo bist du denn bei comms ich bin aus dem lab rausgelaufen und bin jetzt kurz vor office und du bist unten unter storage entlang weggelaufen also katze kann kein der karte gerade vorhin noch gegrosst ein paar sekunden der slap rein ich bin der braus ist es vielleicht ist es vielleicht möglich dass die letzten beiden kids also wenn ihr mich jetzt dafür wartet müsst ihr mindestens faro raushauen einfach weil er erstens bullshit erzählt und zweitens nicht bei mir war ich habe faro nicht gesehen und ich bin auch nicht von der leiche ich glaube nicht war noch im überlegen ja ich bin wie ein hinterher gelaufen und bin wieder umgedreht zur leiche wollte auch also es gibt auch mal ich stand gerade bei dir also ich es gibt noch warum sollte faro dich so hart ja sehr geil als einziger killer jetzt hier sehr geil ja wie wie hat den posten überrascht das wird jetzt geisteskrank schwer das wird geisteskrank schwer hallo hallo Stuggi, wo liegt denn die Leiche? Am Bohrer. Und wenn du in Camps warst, müsstest du den Killer rauslaufen sehen haben. Ich war nicht an Camps, aber ich hatte einen Sass auf Sakuri, das sah so aus, als ob die vom Band gekommen ist. Er war an Camps. Ich war an Camps, aber ich war nicht auf der Kamera drauf, wo der Kill war. Du hast auch nicht durchgeswitcht? Doch, doch, aber ich habe nur gesehen, wo einer gerade reingelaufen zum Reporten ist. Warte mal, ganz kurz. Am Bohrer, weil von da kam Vlesk. Jetzt haben wir dich. Schon wieder, Sass. Ja, ich kam aber nicht vom Bohrer. Ich bin mit Stuggi nach oben gelaufen, habe die Leiche gesehen, habe gesehen, Kameras an und wollte checken, wer an der Kamera war und deswegen habe ich dich von da kommen sehen. Deswegen dachte ich auch, du bist an der Kamera gewesen, aber warst du wahrscheinlich nicht. Das war Meimel, ne? Yes. Ja, gute Story. Schochi, hast du Vlesk da gesehen? Wo war der Dapper? Na, Vlesk kam mir entgegen, als ich reingelaufen bin. Also ich bin jetzt gerade... Von der Leiche direkt. Ich bin der Meinung, dass er aus dem Bohrer-Ding rauskam, aber das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Ich sag mal so 80%. Hast du gehört, Kau? Vlesk, ja, habe ich gehört. Vlesk muss lieb sein, der erzählt keinen Quatsch. Ja, also ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, einfach für den Hail Mary Guest zu gehen, ne? Ja. Und es wäre dann, wir haben so ein Poster, Morphling, Camouflager, Morphling, Camo fallen raus, Vampir, unwahrscheinlich. Aber könnte es sein, Trickster nicht. Ich mache mal Bounty Hunter auf Sakuri einfach. Hätte sagen können, dass jede Imposterrolle falsch ist. Faro, wer ist denn sehr sass für dich? Was? Ich habe keine Ahnung. Weil den können wir dann auf jeden Fall saven. Dann bin ich sehr sass. Auch wenn der mit Vivi nicht saßt. Anscheinend, oder? Weil der wäre dann, Faro, der wäre dann auf jeden Fall raus. Dann ist Faro ja, wenn er sich savet, oder? Nee, weil ich dann gut bin. Ich bin ja raus dann. Okay, okay. Aber durch unseren Push auf Lesk, hat er jetzt gegessen. Das war schon mal gut. Weil einer mehr raus. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie die Leute rausvoten lassen. Weil wir können natürlich nicht so viele killen jetzt. Wir hatten, glaube ich, acht Leute noch oder so, die wir hätten killen müssen. Das ist dann halt schon echt sehr, sehr schwer. Stuggi und Sakuri sind da. Guck mal, jetzt sind noch sieben. Wir müssen uns trotzdem beeilen. Oder wir finden halt irgendwie eine Rolle raus. Hau ab, Meimel. Hau ab. Lauf weg, Junge. Scheiße, Junge. Scheiße, Junge. Ist Stuggi der Mate? Scheiße, Junge. Scheiße. Wer hat geschehen? Stuggi wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Ich muss ganz viel Zeit rausholen jetzt. Ganz viel Zeit. Vielleicht können wir Stugi hier oben töten. Okay, Stugi ist falsch. Wait. Ähm, wir hatten gerade das Light gefixt. Ich. Mit noch irgendjemandem? Ich habe niemanden gesehen. Also ich muss beide Türen aufmachen und Light fixen. Das Problem ist, irgendwas ist an meiner Rolle, glaube ich, falsch eingestellt. Kannst du mich töten? Nein, weiß ich bestimmte Sachen. Das ist irgendwie ein bisschen unfair eigentlich, wenn ich irgendwas sage. Nein, eigentlich nicht. Ist ja dann ein Feature, oder? Nee. Okay. Sag mir, dass du zumindest... Nee, also Tiers will ich tatsächlich rausnehmen. Wen würdest du noch reinschmeißen? Meimel. Ja, ich glaube auch. Ja. Tatsächlich. Wer mich gerade beschuldigt hat. So, so. Sakuri, wer war da eine Zeit lang bei dir? Äh. Ähm, Tester und Stugi tatsächlich. Oh. Stugi war ja Chameleon. Okay. Weil kurz vor allem, also kurz bevor Reaktor gefixt wurde, na, es wurde in dich reingestopfen. Ja, Moment, ich war aber nicht bei Sakuri, also auf dem Dingens. Nee, genau, genau. Ich stand mitten im Office. Ich hab sie nicht gekreuzt. Aber Meimel, Meimel kam, Meimel kam vom linken Reaktor. Meimel und Stugi waren bei Sakuri. Ja. Ja. Dann würde ich hier eher von Meimel gehen. Same. Auch wenn ich Sakuri immer noch das finde. Warum? Ohrschussverfahren ist ein Knecht. Ja, also den Gäste hättest du jetzt auch nicht mehr machen müssen, Meimel. Ja, also den Gäste hättest du jetzt auch nicht mehr machen müssen. Ach so. Oh, nee, die verloren. Da war Sakuri noch nicht da. Hä, wieso bist du in Jester? Ja. Hey, ich dachte, ich hätt gewonnen. Oh, nein. Da waren noch drei Leute übrig. Wieso hast du denn bei drei Leuten gedacht, du hast gewonnen? Ja, sabotieren und killen. Ja, aber da war ja auch noch ein Sheriff. Nein, das wär gewonnen gewesen. Ah, scheiße. Warum sind eigentlich alle Killer tot? Und ich muss alle schnitzeln. Und Sakuri nimmt Terz da raus. Ja, sie hat Terz geschlossen, dass nichts passiert. Ja, genau. Deswegen. Und ich hab's da schon ein paar Mal bei Stuggi probiert. Und... Entschuldigung. Also, der muss ja so oft mir dann was reingepackt haben, dass ich irgendwann halt... Egal, ja. ...dann halt, okay, dann muss es ja irgendwie falsch eingestellt sein. Ja, Freunde, an der Stelle, hallo YouTube, ne? Da hat Mai Mill als Chester gewonnen. Ich glaub, ich kack ab, ne? Und ich krieg mir einen Fäustchen und denk so, yo, jetzt gewonnen. Freunde, an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Lasst gern ein Abo da, wenn euch die Folge gefallen hat. Gerne morgen, 16 Uhr, neue Folge. Ich bin raus, Junge, das kann nicht wahr sein.